es ist losgegangen warte warte bist du ja hallo wo bist du mich weiß nicht ich bin so fällig ich bin in der anderen richtung laufen ist abgelaufen ich bin es da bist du bekommen ja oh mein gott oh mein gott oh mein gott stadt ich wollte einfach ktp zu zu einer wie das 300 wie das 800 ein bisschen nirgendwo sind wir gerade weg gerannt ich baue jetzt auch meine müde was der gerade los ich wurde gerade rausgekickt es reicht verdammt ich kann nicht nach die sparten wenn ich gekickt dann war ich noch diesen schick da haben wir also haben wir auch gewahrt als abonnenten kalt und dann passiert auch wieder es reicht warum passiert immer schweißen bei mir aber kein okay jetzt jetzt würde jetzt klappt es alles ohne probleme komischerweise das problem ist nur ich glaube ich bin jetzt nicht mal barbara drin und wahrscheinlich bin sogar disqualifiziert aber du nicht weil ich wenn das bei dem was hin wird dann wird kommt mit auftraten richtig bei mir bei bieber ich drauf oh mein gott aus dem hock total aber mit herrke bestattet ich wusste es alles hat sogar alle karteit also so ziemlich komisch ich kann nichts machen also ich kann ich kann ich wirklich was da bitte ich will also wirklich was ist bitte die server oder los ist so gut ist nicht drauf ich bin gefühlt tot also was ist das also ich bin der lebensborn bitte jeder wieder wir müssen zusammen bleiben wie soll ich das bitte sagen ich werde verfolgt wir werden bei gott wie sitzt so aufgeteilt ist jetzt so aufgeteilt das ist so aufgeteilt dass wir so scheiße das ist so was so dumm ich bitte ich bin ich tot was ausgeschieden was was doch ich bin tot ich bin dort gekommen und ein typ hat mich gekillt so mein schuldig ich wurde ich wurde ich war selbst doch doch die trenne warum nicht kann er oh mein gott bis jetzt und gar keine auch nicht gleich in ruhe stein fahren ich hatte dich mal ich schwöre es meine suppe ist kalt ich habe jetzt eine halbe stunde gegen eine halbe zwei stunden dafür gemacht jetzt was passiert ich werde am anfang gekillt weil du mich am vorne sagen gemacht du bist der beste der ganzen welt mein gott ich habe mich eigentlich eigentlich ausgelockt aber ich wurde aber ich wurde gekillt als ich nicht versucht aber auszuloggen also jetzt wirklich die haben zu glück abgedreht also bis jetzt sehe ich noch keine name tags aber alles klar wo waren die denn auf einmal also grundsätzlich gesagt ich bin jetzt irgendwie ein projekt dabei also auch hoffentlich ich hoffe ich bin dann gemeint das nametag das nametag um schein kleister um schein kleister das nametag halt einfach bitte dein maul halmakus bitte dein scheiß maul ich wurde gerade getötet und habe ich noch nicht ausgelocken was gerade dumm wäre dann hätte ich einen strike bekommen aber ich wurde gerade getötet weil mike mich nicht retten konnte ich muss sagen ich glaube ich musste vom sporn weglaufen weil mich zwei leute an weil mich zwei leute verfolgt haben folgen gestorben wegen dir meint danke ich habe die weg statt auch anders vorgestellt schieb die schulter zertig ich komme drauf vielleicht bist aber dann aufgeschieden du bist aber ausgeschieden ja ich bin ausgeschieden bitte 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 w releasing wird es elimt ich nicht mehr danke noch mal angekommen an der stelle ich habe gerade eben gesehen weil ich mein gott das ist einer seiner seiner Da ist einer, da ist einer. Oh mein Gott, das ist ein Zweier-Tür. Nein, ich krieg das nicht hin. Leute, warte kurz, ich ändere kurz die Sicht. So warte, ich würde jetzt Kamera anmachen, damit man nicht sehen kann. Oh Mann, das ist nicht wahr. Das ist sowas, was nicht wahr. Nein, ich wurde gestrichen. Das ist der Ding in fucking dir. Das ist nicht dein Ernst. Kann man das nicht wahr sein? Man kann das nicht wahr sein. Kann man das auch aus der, 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 aus der herrencampsehne. Wow. Ah, alles klar. Ich bin tot. Ich bin sowas so tot ey. Also, oh mein Gott. Hä, ich habe, oh mein Gott. Was kann man nicht sehen? So, hier ist mein Leute, wo er mich nicht retten konnte. Aber hat man das ausgeschehen? Wie jetzt? Hä, was ist denn jetzt los? Einfach das Ding losgehen, aber, ich sehe halt gar... ich sehe halt wirklich gar nichts das ist überall gegner wieso sie kannst du doch mal dass du mich nicht retten konntest mal ich hasse den der schuldigung dieser muss man eben wieso muss man immer eigentlich mich beleidigen mich gemobbt deswegen also also wirklich also darf ich niemals was machst du ja ich laufe eine runde weg und wenn ich nicht mehr finde es ist nicht ist es nicht nichts ist es halt nicht so dass ich jetzt selbstsicher bin oder soweit bin aber soweit aber ich bin noch an bohren teilen das team getötet haben weil die am handy spielen und das ist am pc aber nein du gehst einfach weg und lass mich allein ich meine sie ist erst mal dass ich am anfang so schön überlebe habe ich einfach nicht ich darf mich etwa nicht mal übernehmen außer ich spiele neidem spielte ich lieber hier am handy aber was machst du ja ich habe und wenn er stirbt dann wirklich das ein scheißdreck das ist locker jetzt gerade dein gehirn nein 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 junge wie mad bist du denn gerade das ist ein verdammtes block spiel ich denke wenigstens noch optimistisch und sage dass ich eventuell noch ein paket machen kann ich bin fucking gestorben weil du nicht dabei sein konnte das ist nun naja kann man es auch nicht mal es kann man es auch nicht mehr ändern es ist derzeit passiert ich hasse dich so sehr mag ich würde dich am liebsten so krass keine beleidigen aber macht nicht weil ich nett sein möchte ich könnte dich hs auch nennen aber mache ich gerade nicht ach wohl schon öfters mal genannt so ich habe auch mich hochkomme irgendwie zaubertisch ich habe mich noch nie gehört wo ich so krass auf der ausgerastet bin du musst nie kein mike bist du doch ich bin nur dass du ein kleiner naja bist aber das habe ich jetzt nicht ich glaube du hast mich noch nicht so ragen gehört oder also ganz ehrlich da habe ich schon schlimmes gehört also habe ich schon schön wenn ihr diesen typen abonniert dann wisst ihr immer er macht guten konnten aber wenn scheiße passiert hat doch meine schuld sein nur damit ihr das wisst leute das passiert immer so wenn wenn naja es reicht doch langsam wenn die leute mich wieder so schlecht reden ey ich habe wenn ich habe gesagt du machst guten konnten gerade eben was war das für schlecht aber bei mir ich kann weiß ich kann auch ich kann auch so oder so sagen bei mir läuft irgendwie kaum kaum was kaum was richtig also mit youtube ja aber mit geld nicht nein das war gerade so dumm weil in we live meine güte ich schicke doch solche witze nicht ich bin ich noch nicht ist ja ich was bin ich denn gut dass ich heute meine pillen genommen habe und hätte ich komplett ausgerastet und konnte bleiben aber ich habe mich ganz beruhigen essenstechnisch könnte ich auch was anpflanzen also so ist das nicht aber ich bin irgendwie weggekommen ich bin irgendwie weggekommen in meine güte ich habe so gedacht dass man wenigstens so also du würdest gerne was anpflanzen nehmen im ding ja ich habe ich habe auch fleisch ich bin ich bin 30 30 süßbeeren mit reingenommen und dann glaube ich glaube ich habe ich habe das gerade nicht verstanden was ich gesagt habe ich hoffe die ganze zeit der zombie zuschauen die kommentar werden wahrscheinlich zu sagen nur und man war so nett wenn er hätte ihn kaputt geschlagen so wird wahrscheinlich die zuschauer reagieren also ich hätte ich würde glaube ich wenn ich bin ich nicht das wäre auch so wer hätte glaube ich auch so reagiert aber man aber man merkt hat so oder so schon die anspannung und anspannung und so weiter deswegen ist das ein wenig schwieriger das alles zu b am anfang war ich so nervös bin ich total mehr wegen wir mal bin ziemlich nervös gerade also und was bin ich etwas mehr auf mich ach du hast jetzt bemerkt ach habe ich schon länger bemerkt aber ich wollte erst mal nicht sagen ach ich weiß oh mein gott da war ja auch was ich bin ja jetzt muss ich erst mal noch gucken ich glaube auf dieser höhe haben die dia ist auch langsam wieder angefangen aber ich habe die keine kein eisen vielleicht gekriegt ich hier noch irgendwie so tiefen schiefer eisenerz ja auch noch fünf minuten sind auf jeden Fall noch da ist ja gar nichts ich sehe ich habe ich habe halt nicht mehr cool ist die sache kann aber holzkohle machen ich mache erst mal hier in den ofen hin so dann damit damit ihr auch erst mal ein wenig was zieht ja 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 ist überhaupt was naja ich gehe jetzt mal eine suppe essen und bitte und weil ich möchte dass das rein schneide das heißt wir die zuhörern mich hören wir mehr wo ich muss es so oder so an kann muss es so oder so an kann lassen ja Du kannst nur Effekte machen Oder so ein Shit Aber egal Ähm, was ich sagen wollte Zu den Zuschauern Bevor ich jetzt weggehe Und essen gehe Meinst du bist bei Drake Kalt Wegen Mike Ähm, nee Wegen Warum meine ich Ähm, ja Liebe Zuschauer Abonniert diesen Typen Mich auch Mein Kanal heißt Neuen Mann Seinen heißt Pingel Und mein Gamer Aber bevor ich gehe Wollte ich nochmal sagen Wenn so ein Shit passiert Dann, äh Richte euch auch auf Also bitte nenn mich In den Kommentaren Kein Ähm, ja Kein HS Oder eine B-Dings Oder ein Näh-Dings Weil ihr mir sowas nennt Wirklich Das wäre gerade absolut krass Aber das möchte ich halt nicht Aber das wird passieren Da wird so eine Versung sein Aber es wird so eine Versung sein Die mich beleidigen wird Hundertprozentig, oder? Ja Das wird hundertprozentig passieren Auch bei meinem Video locker Da denken sich doch Leute Ja, Mike war schuld Und bei deinem Video Nein, man ist so eine kleine B-Dings Und was wird so ein bisschen Jetzt geht es zumindest Ja Kannst du mir einen Gefallen machen Ja Bevor ich gehe Ähm, der B-Behre was? Schlag mal kurz seinen Tisch Okay Sieh mal ein Handcam Habs gemacht? Ich hab nichts gehört Oh mein Gott, das Name-Tag Oh mein Gott, das Name-Tag Oh nein Oh nein, oh nein, oh nein Oh mein Gott, Mike Oh mein Gott, das tut mir halt so ziemlich leid Ich möchte doch eigentlich das ganze Ganze mal machen Oh mein Gott, ich darf da keinen nehmen Oh mein Gott, wie mache ich das jetzt am besten? Ähm 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 Eisen, Roh, Eisen, Rohkohle Nutzkohle rein Ja, es wird halt nicht alles, glaube ich Warte mal, ja 120 Sekunden Bedeutet zwei Minuten Wenn es ruhig geschmotzen ist Hab ich auf jeden Fall zumindest ein Eil Hab ich auch zumindest Eisen-Equip Äh, vielleicht finde ich hier noch irgendwie geringe Vorkommen an dir Was ist das? Wie miesig Mal schauen Ah, verdammt Tut das mir gerade leid Ey Oh mein Gott Ähm Obwohl, wenn ich das so mache, wird das alles halbiert Ähm Mach ich einfach mal rein Okay, da ist ein falscher Alarm So Eisen-Spitzhack ist schon mal gemacht Folgen darf man erst morgen hochladen So oder so Alles klar Äh Eieieiei Jetzt haben wir es noch Theoretisch könnte ich halt schon jetzt die ganze Zeit nach Dias graben Aber ich finde, das ist etwas riskant Besonders, dass ich jetzt so oder so erst ein paar Tapp Habe Äh Was war das hier jetzt? Glow Squids Also Gold hätten wir hier schon mal, aber So richtig Ah, so So du schon, glaube ich Wird auch nicht so So Eine Minute nur noch Da muss ich auf jeden Fall raus Ah Oh man Es ist halt viel entspannt dazu Also Auch an die Zuschauer so oder so Oder mich halt so Also Ich kann halt nichts dafür Ich kann halt nichts dafür Wenn es halt dort so Äh Wenn es dort Wenn es hier rund und rüber geht Weil Ich will am Anfang Also man denkt halt so oder so Und ich Ähm Anfang glaube Am Anfang Vergesse ich so oder so Manchmal irgendwie Sachen Die Ich machen will Aber Ja Da habe ich halt nicht die Möglichkeit Irgendwie was Äh Da würde ich einfach mal schon so sagen Das war's Die 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 Video So Also Ohne Also Jetzt ohne alles was ich jetzt so sagen würde Also das ist wirklich wie diese ersten Folge Oh man Das ist halt eigentlich so relativ peinlich Wenn man so denkt Aber Ich würde einfach wirklich sagen Bye bye